Ich habe wirklich den Eindruck, ich habe es mit einem Spinner zu tun. Der sagt, ich langweile mich und leg mein Kind zu. Das habe ich nicht gesagt. Warum sind Sie so negativ? Kuckuck, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Sie sind ein Mann, Alex. Das ist eindeutig wieder die Natur. Männer bekommen keine Babys. Das überlassen wir den Frauen. Das ist nämlich das Schöne daran, ein Kerl zu sein. Hat Ihr Vater vergessen, Sie aufzuklären? Hören Sie, wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann sagen Sie es. Aber ich will keinen Vortrag hören. Aber Sie brauchen einen. Wenn Sie nur eine Minute dieses Glücksgefühls spüren könnten, das eine Schwangerschaft mit sich bringt, dann würden Sie mich verstehen. Man höre sich das an. Haben Sie total den Verstand verloren? Los, kommen Sie jetzt rein!